Um Bleche von Holzpaletten in Böckelt Systemkassetten umzupacken, wird der Endpalettierer benötigt. Dieser kann wie jede Kassette im Böckelt Tower verstaut werden. Der Aufbau ist einfach. Die mitgelieferten Stempel werden in vorgesehene Fächer untergebracht, eine leere Kassette wird auf den Endpalettierer gelegt und die Stempel, die später das Blech tragen sollen, werden durch die Lücken der Kassette eingesteckt. Eine Holzpalette mit neuem Material wird nun auf diesen Stempeln positioniert. Die aufgefangenen Bleche werden mit dem Stapler oder mit einem Hallenkran angehoben und die Palette per Hand entfernt. Somit ist das Blechpaket ausgestempelt und fertig für die Einlagerung in den Böckelt Tower. Das ist ein Vorgang, der dauert ca. 5 Minuten. Wir haben es jetzt noch nicht so lange. Es mag Leute geben, die da geübter sind, die es vielleicht auch in 3 Minuten hinkriegen. Aber so 5 Minuten ist so der Zeitaufwand, den wir da kalkulieren dafür.